Einen wunderschönen guten Morgen und Willkommen zurück zu The Evil Within. Tja, immer noch ohne Facecam war ich ja noch nicht so woooooooyoyoyoy. Wow. Okay. Geh mal weg hier, Joseph. Nee, zu was. Äh. So, die nehme ich mit. Was haben wir denn da, Feinis? Nice. Oh mein Gott. Okay. Das ist sehr gut. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Da hast du, äh, natürlich nicht ganz Unrecht. Wie der da. Aber da haut nicht so wirklich ab. Hab ich das Gefühl. Verschwinde. Dreh um. Da oben ist ja noch einer. Jawohl. Schön von hinten jetzt. Eine übers... Gesicht ziehen. So. Der dürfte tot sein. Geht doch. Hm. So, darf ich jetzt ja auch hier rein? Äh. Äh. Theoretisch. Ja. Und praktisch natürlich auch. Ah. Arschloch. So, ich nehme einfach mal das Ding mit. Was ist das denn? Ach, das ist eine Flasche. Nee, nee, ich will das schon mitnehmen. Und ich gehe hier ganz langsam vor. Ist hier unten einer? Ja, da ist sogar einer. Und die sind alle so doof und stehen mit dem Rücken zu mir. Idiot. So. Sehr schön. Das ist doch so eine... Bombe, oder? Jawohl. Sehr schön. So. Okay, hier runter kann man nicht. War das hier oben jetzt? Das klang jetzt so, als wäre das hier oben gewesen. Ich schau mal ganz kurz. Nö. Nö. Keine Ahnung. Okay, die stehen alles so, als könnte man die irgendwie... Nö. So laut, Junge. Was? Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. Knapp. ... Fuck, alter! Mann! Idiot! Kommt da lang geschossen, die blöde Sau! Ist okay. Zum Glück haben die anderen uns nicht gehört. Mann, 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 Mann. Mach das nur einmal, ey. Ich schwöre dir. Was ist das denn hier? Das ist ein Schalter. Einfach mal drücken. Oh. Ja, gut. Na gut. Ich nehme das einfach mal mit. Was zum Teufel ist das denn? Eine, keine Ahnung, Dingens. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Alter Verwalt. Das ist so nett. Ich mach die Kloppe da nochmal auf. Wenn die vielleicht irgendwie einen gezielten Schuss setzen könnte. Oh, ich glaube nicht. Kannst du wieder so eine Hackfresser? Das juckt. Das müsste den eigentlich theoretisch treffen. Äh, rein, 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 rein. Alter. Oh, fuck. Okay, das hat mich nicht getroffen. Warum sollte mich das auch... Boah, Alter, der hat eine gute Axt. Ja, wenn jetzt so weiter geht, sterbe ich hier fast. Aber das ist ja ganz egal. Warum auch? Das ist ja... So, und das macht jetzt was? Wow. Gar nichts. Achso. Da steckt dran. Ja, gut. Einfach hier durch. Der andere kann ja irgendwie eh nicht sterben. Von daher passt mir das eigentlich ganz gut. Natürlich. Das ist ja eh kein Gesicht mehr. Fall nach unten, ist auch okay. Äh, gibt es unten was? Das sehen wir doch gleich mal. Ach, hier sind die Schalter. Ah, verstehe. Gut. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Das ist tot. Können wir es natürlich auch machen. Sportmonition. Den, ja. Versteh mich mal sowas. Macht man ja sonst nicht, ne? Muss ja auch mal gezeigt werden. Halt. So. Ah, das läuft eigentlich ganz gut. Was ist das denn? Was war das? Munition? Für was? Äh. Mich da jetzt? Ja, das wäre schon, äh... Obermacker dann. Wenn ich das jetzt irgendwie schaffen könnte. Das ist so wie Bolzen. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht erstellen. Aber gut. Ne, doch waren die, ne? Doch, Explosivbolzen. Doch, waren die, waren, 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 war, war, war richtig. Yeah. Das war natürlich. Okay. Was macht der denn? Fuck. Das wird richtig kacke. Aber gut. Das Schauschüssegewehr, wie gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil. Um mal das mal ganz so erwähnen zu können. Ähm. Da liegt noch Munition, hab ich gerade gesehen. Wo sind die anderen denn eigentlich? Da waren doch so viele da. Da. Ach, da ist er doch. Weg mit dir. Du warst, keine Ahnung. Was ist mit dem los? I-äh. Was ist hier denn los? Nickelhafter. Ich glaube, der will nicht. Genau. Den Wulzen durch. Gut, hier habe ich was zum Anbrennen. Wenn also jetzt einer kommen sollte. Von wegen... Oh, da ist was. Oh, da ist was. Gut. Dann dürfte man verbrennen können. Irgendwie. Da hier oben war. Aber da hat man auch keine Lust mehr. Nee, nee, nee. Geh runter, ne? Dankeschön. So. Du bist einfach angebrannt. Geh auf der Passivationen-Teil. Du dürftest jetzt eigentlich bald verrecken. Kommt jetzt ziemlich viele, wie ich jetzt kurz zu sehen. Der stirbt da zum Glück nicht. Kommt da immer wieder welche? Oder wie sieht das ja aus? Ich weiß es ja nicht. Kann ja sein, dass das nie aufhört. Eigentlich zwar ein ziemliches Problem, aber... Okay, jetzt ist das auf. Da macht er schon. Nicht ja gerade so schön sehr. So. Ist nichts drin. Ach, konnte ich mal nur eins aussuchen, oder was? Gut, habe ich vielleicht das Richtige gewählt? Ich weiß es nicht. Du packst das schon. Du machst das. Du bist ja da, Babo. Äh. Aber es hört anscheinend nicht auf. Genau. So. Weg. Du bist jetzt also immer noch nicht tot. Jetzt schon. Jetzt schon. Solltest du eigentlich. Na gut. Dann jetzt eben. Also wie das aussieht, hört es ja nicht auf. Gleiches Problem. Ich habe zwar keine Ahnung, was mir das bringt. Wenn die geblendet sind, aber... Ja, ich habe es gelesen. Aber ich brauche ein paar Brand. Und ein paar... Explosiv. Gut, so viel habe ich jetzt nicht. So. Brennt. Wie ihr noch nie gebrannt habt. Und ich brenne natürlich auch mit. Es ist ganz klar. Partnerlook und so. Muss sein. Ich glaube, ich muss das... Die Dinger da oben ausschalten irgendwie. Ja. Irgendwie muss ich das ausschalten. Und das bitte nicht hier. Okay. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Ah. Hilfe. So. Ich hoffe, jetzt kommt... War mir klar, dass da jetzt irgendwas passiert. So. Die weg. Die weg. Jetzt dürfte... Der brennt natürlich nicht. Alter, auf. Mich zu schlagen. Der macht das schon. Ist natürlich jetzt ein Traum. Ich kann das weiterschießen. Ist du okay? Nee. Bin ich nicht. Kannst mich mal heilen. Wäre sehr nett. Machst du aber nicht, Arschloch. Boah. Das ist doch ein Traum. Ist das doch. Ich habe keine Energie mehr. Nur so zur Info. Das weiß ich. Wollte ich nur so anmerken. So. Wo hat das andere geschossen? Von welcher Seite? Nein. Auf der... Ah. Und da kann ich auch. Bringt mir das was? Ich weiß es nicht. Bin völlig demoliert. Aber. Naja. Okay. Macht das eigentlich schon ziemlich gut. Hau ab. Dicker schon. Hau ab. Ich, äh. Ich sterbe fast. Ich, äh. Ich habe aber auch keine Energie. Von irgendwo. Ich nehmen könnte. Bist du okay? Grammatik am Arsch. Na, nein. Ich bin jetzt noch. Ich bin nicht okay. Und du hilfst mir ja auch nicht. Bist du ja sonst so groß. Aber du machst ja hier nichts. Wie löse ich denn das Ding da drüben aus? Ich könnte echt mal irgendwie... Bist du nicht gebrauchen oder sowas. Ja. Von da schießt er natürlich. Aber dort wo ich jetzt hin muss oder will oder soll. Naja. Gerade so. Hat mir das jetzt... ...berhaupt irgendwas gemacht? Ja. Scheiße. Fuck. Hä. Na, hallöchen. Auch wieder da. Ja. Äh. Alter. Fuck. Das ist ja nie zu gemein. Okay. Bist du. Alter. Mach doch den Scheiß nicht mit mir. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen. sein. Ach. Ach. Warte echt. Das ist mal Jens. Was neu ist. Ich bin bald tot, wenn das hier so weiter geht. Gut. Den kann ich heilen, aber da kann ich es bei mir nicht machen. Schwanerei ist. Gut. Was ist hier denn los? Arschloch. So, ihr könnt euch jetzt eigentlich wieder zurück. Wäre eigentlich ziemlich praktisch, wenn ich das so sehe. So, bitteschön. So, bitteschön. Habt ihr was zu lesen? So, ja. Ne, ne, äh. Ja, und genau jetzt irgendwie so anhalten jetzt. Und, äh. Ne? Bitteschön. So, muss ich zurück? Soll ich zurück? Ich denke mal, ich gehe zurück, weil ich dann speisern kann. Mann, 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 Mann. Warum starte ich denn jetzt immer wieder hier? Gut, die Zelle wäre auch immer langweilig geworden. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin dann mal wieder da. Wegen Speisern und so. Gut, ich würde sagen, ich mache erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann also im nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben kombinieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns dann also. Bis dahin.